Ja, ich glaube, die kommen einfach aus der Mauer. Heute haben wir das PC eingeführt worden, die man vielleicht schon haben. Den Klettershopper CZ. Volle Mutti. Den ist hier unten, den Teil auch noch. Du kannst ja mal LR1 nehmen. Da fahr ich nur ja nichts voll drauf. Wenn du beim Schwein fachst, ist das beste, was du beim Blauen kannst. Ja, ruhig, ruhig mal. Dann kommt irgendwoher eine Blaue im Einsatz. Ja, du musst beim Schwein, du musst auch was.